Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Nogames Let's Plays. Ich bin neuer Nogames und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr hier seid. Wir beginnen heute mit der ersten Folge des Spiels Road 96. In diesem Spiel geht es darum, Entscheidungen zu treffen, die sich auf das gesamte Spiel auswirken. Entweder triffst du positive Entscheidungen, die ein gutes Ende für dich haben oder negative, die hat ein negatives Ende für dich haben. Ich will gar nicht so lange jetzt hier drüber rumquatschen und euch einfach direkt mit ins Spiel nehmen. Ich würde mich wahnsinnig über ein Like, ein Abo oder ein Kommentar freuen, was ich vielleicht später besser machen muss oder was ihr gut findet. Deswegen lasst uns einfach mal starten in ein neues Spiel. Allein mit Freunden oder Familie. Ich würde sagen, wenn ich in ein neues Gebiet reise, würde ich alleine reisen. Ich habe zwar einen groben Reiseplan, aber ich würde trotzdem spontan entscheiden. Rebellieren, wählen gehen, erwägen, ins Ausland zu ziehen, nichts von all dem. Ich würde wählen gehen, auf jeden Fall. Zum Lachen finde ich super. Rätsel lösen, Gefühl der von Angst erleben, Realität entkommen, etwas lernen und entdecken, dich was zu fühlen, ich bin für fühlen. Das hoffe ich auch. Bevor wir uns jetzt auf die Reise nach Petra gegeben, wird es ein kleines Intro geben. Nachdem die Saladis-Screen vorbei ist, werde ich erstmal meine Klappe halten, dass ihr das in Ruhe genießen könnt, damit ihr wisst, auf was ihr euch einlasst. So, das Intro beginnt jetzt und ich halte schön meine Klappe. Bis wir sehen uns gleich wieder. Ich bin hier auf unserer Nationen, unter National Mountain, der sicht der Terrorist-Brigade-Terrorist-Attack in 86. Wenn du nicht erinnerst, hunderte sterben das Tag, als eine Brigade-Truppe mit Explosiv-Devißen rief in die Mountain, trug die Its Peak zu verlassen. In zwei Monaten, auf dem gleichen Tag wie die Nationen, in dem gleichen Ort, wo ich bin, in der Hand und Stande, die zehn Jahre in der Kommemoration von der Begründung der Begründung der Begründung. Ich bin hier von der Begründung! Dimm uns alle deine verdammelte Geld, B****! Ja, alle deine verdammelte Geld! Proberie, Improberie, alle Karten in der Nähe, Sie reagieren zu mir, Unit 2 hier, auf meine Weg, Over. Präsident Tyrak, der Mann, der die Bordernstück hinter mir, schüttet uns die Nation, wird da sein. Schüttet uns die Nation? Ha! Der Zeit, das Moment zu sein, und der Zeit, das Anrufen unserer nächsten Präsidentin zu feiern. Ach, total B****! Natürlich, ich werde da live sein, zu geben, die reale Geschichte, wie es entfällt. So, wir haben in Petruja 1363 Kilometer zurückzulegen, bis wir an die Grenze sind. Mal sehen, ob wir das schaffen. Dann wollen wir mal in das Abenteuer stürzen. Ich bin nicht schlecht. Das ist genug. Was schaust du, Peachfuzz? Äh, nichts tut mir leid auf's... Darf ich sie etwas fragen? Ich bin nicht wirklich in der Mood für ein Chat. Aber gut, geht's weiter. Natürlich habe ich Gedanken. Nicht wirklich. Entschuldigung. Deine Lieblingskandidaten hat sich erwähnt, Kind. Unit 2 zu Central. Komm in. Unit 2 zu Central. Hey. Du musst mir helfen. Was ist los? Rede nicht mit mir. Was ist los? Sie hat mich in den Pitten gebracht. Okay, ich versuchte. Bitte. 3 Dollar mehr. 3 Dollar mehr. Er wird seine Familie nie wiedersehen. Oh, Anspannung steigt. Ähm, wir sollten ja... Wir sollten darüber reden. Hm, Polizisten sehen nichts weiter, als Moin, er hat mich von Türückt. Fake News? Und jetzt, das sind keine Fake News, das sind Fake... Das sind keine Fake News. Ähm, wer hat sie zum Chef gemacht? Sie sollten... Könnten Sie keine Verstärkung erreichen? Das ist eine gute Idee. Lassen Sie ihn in Ruhe... lassen... Tun Sie das Richtige? Stopp telling me what to do! All of you! What's going on here? Who woke me up? Whoa, whoa, whoa! Take it easy! Ähm, bei dem müssen wir nicht sein, stecken Sie Ihre Waffe weg sofort. Bitte, Officer. Sie sind in den Bus geschossen. Ich fahre noch ein bisschen weiter, glaube ich, weil das verbaut meine Ausdauer recht wenig. Ich brauche die vielleicht für später noch. Damit haben wir jetzt ein paar hundert Kilometer anscheinend zurückgelegt. Mal gucken, uns fehlen 511 Kilometer bis zur Grenze. Das ist ein machbarer Weg, finde ich. Und wir haben Fanny kennengelernt. So, wir haben ein Plakat von ihm. Ich mag ihn irgendwie nicht. Er ist mir unsympathisch, deswegen wandalieren wir das mal. Und ich gehe hier erst mal rein. Kann ich helfen? Du wirst wählen, oder? Absolut. Oh, okay, gut. Du weißt, das ist eine andere Grund, warum Tyrax dir Kinder schickt. Du weißt, woher. So, dass dein Vortrag nicht gehört wird. Spread die Liebe, Kind. Was umher geht, kommt umher. Oh, süße Katze. Dann. Halpert. Was ist bei der Charme? Alles okay? Es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Sie hat sie in meinem Ophys und hat sie von mir gebrochen. Kannst du das beweisen? Wer bist du? Ihr Attörer? Nein, ich habe keine Probe. Sie hat meine Sicherheitskamera aufgenommen. Sie ist eine kriminelle Mastermind. Lass ihn in Ruhe. Lass ihn in Ruhe. Sie, Kinder. Ich brauche nicht die Husten. Ich bin raus. Oh Gott. Du musst das nicht tun, du weißt. Ich habe es handelt. Gut. Oh. Ich habe es anders kennengelernt. Glaublich. Willkommen. 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 Ich bin Karl. Danke. Alles klar. Dann gehe ich mal weiter. Gucken wir uns ein bisschen um hier. Vielleicht finde ich ja was. Das möchte ich aber nicht. Nein. Lass uns mal mit tanzen. Ich sehe es. Niemand kann mit dir mithalten. Ich sehe es. Niemand kann mit dir mithalten. Ich sehe es. Einfach mal. Zu Bett gehen. Bisschen Schlaf kann jeder gebrauchen. Wenn wir schlafen, regenerieren wir aufs Tor zurück. Das ist gut zu wissen. Hey. Hey. Hey, wake up. Come hang out with me. Wenn du vielleicht mal einen Freund zu verlegen. So. Dann gehen wir mal hoch. Mal gucken was es da oben gibt. Vielleicht Marshmallows oder irgendwie sowas. Schöne Currywurst. Bommes. Schöne Currywurst. ist es ja quasi ist es ein großer roadtrip nur ohne wiederkehr so to have a normal life my dad says i'm lucky because i have a privileged life here but that life disgusts me especially now that i know never mind but what scares me the most is going back to my old life but enough about all that hey why don't we play a little music oh das kann doch gut enden meine die trompetenskills sind doch so hoch let's play bella chow i used to play this all the time you know no super man give it a shot okay faster ich bin voll im modus das war anstrengend dass es auch so na super na super ich wollte auch abhauen aber ich bin für trampen ich bin für trampen ich bin für trampen und sie und ein ne 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 Schöner Regenwetter Und ein Tag Aber bevor die Geschichte weitergeht, finde ich, das ist ein guter Punkt, um eine Pause zu machen Bevor jetzt tiefer dann Geschichte weitergeht und die Folge ewig geht Ich bedanke mich recht herzlich bei uns zum Zuhören Und ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Abend oder Mittag Je nachdem, wann ihr das Video anguckt Habt ihr irgendwelche Vorschläge für das nächste Mal? Schreibt es bitte in die Kommentare Wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Tag Bis zum nächsten Mal